Auf die Plätze. Fertig. Los! Das nennt sich Driften. Und wie funktioniert das? Die Autos sind leichter. Die Reife sind Slicks. Wenn du driftest und das Ding gerät nicht außer Kontrolle, dann hast du keine Kontrolle. Noch irgendwas unklar? Am anderen Ende der Welt und auf der falschen Seite des Gesetzes beherrscht eine neue Art von Rennen den Untergrund von Tokio. Wie kommt ihr Jungs nur damit durch? Und die besten Fahrer wollen dabei sein. Wer ist der Tourist? Mal sehen, was er drauf hat. Fahren wir los. Aber wenn man so hart am Limit lebt, kann alles Mögliche passieren. Das ist für dich das falsche Plaster. An einem Ort, an dem das Leben so zu rasen scheint. Das ist eine Menge Kohle. Wenn du weiter so aufsteigen willst, musst du dich mit anderen Leuten umgeben. Bringt erst ein höheres Risiko. Den größten Kick. Halt dich von dir fern. Schon mein ganzes Leben, sagen alle, ich gehöre nicht dazu. Vielleicht war ich nur immer am falschen Ort. Das Leben ist ganz einfach. Du triffst Entscheidungen und schaust nicht zurück. Das Leben ist ganz einfach.